Energie bei Frankenberg, Power by Nature Ich eröffne die Sitzung des Kreistages und begrüße die Damen und Herren des Kreistages. Herr Landmann von Kuhnberg, Herr Landmann von Wolfsburg. Sie sind die Ehrenamtlichen Kreis beigeordnet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Auch herzlich herzlich die anwesenden Pressevertreter und die Sitzung vor. Wir erläutern uns zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, es ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. Ich gebe Ihnen vor, Inhalte, Einladung, Kirche. Das ist nicht der Fall. Die Schuldigungen haben sich bei mir Herr Abgeordneter Hartmann von der SPD, dann Herr Abgeordneter Hammer von der SPD, Frau Schäfer, der Herr Stoiber von der FWG, und der Herr Stadtler und der Hauptmann kommen etwas später. Von der Kreisball geordnet hat sie mich vor Dingen geordnet. Sind der Fraktionsvorsitzenden Walter, alle beiden Schuldigungen bekannt? Herr Frese? Herr Koster kommt noch. Ist der Arzt da? Er hat endlich einen Parkplatz gefunden. Frau Rubel, ich habe vergessen, der Herr Feitz. Wer? Herr Feitz. 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 Herr Keitz. Ich würde Herr Feitz脫elberAND nicht zustimmen. Die Grüße, der heute wieder live kommt, live nicht. Meine Damen und Herren, aufgrund des am 10. und 13. 2014 in der WLZ erschienen Artikels über die kreiseigene Brustportale in Bad Ahräufen, bitte ich den Kreisausschuss um die Beantwortung folgender Frage. Es ist zutreffend, dass seit der Inbetriebnahme der Brustportale im Jahr 1991 die Undichtigkeit des Dachens besteht, die sich seitdem negativ auf die Leibbildenträgerkonstruktion des Halbjahrs auswirkt. Soll ich gleich den vor zwei und drei Unternehmens schieben, Herr Deutschler? Mir ist recht. Falls es zutrifft, warum wurde nicht innerhalb der Gewährleistungsfrist der Schaden gehoben? Drittens trifft es zu, dass die dortigen Schullerduschen in solch einem mangelhaften Zustand sind, wie es im Presseartikel angekommen ist. Sehr geehrte Frau Häusern, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, die Undichtigkeiten sind im Eigenbetrieb Gebäudemanagement seit dem Jahr 2006 bekannt und treten je nach Bitterungslage aus. Die Frage, ob die Undichtigkeiten schon seit Fertigstellung der Halle bestehen, kann nicht beantwortet werden. Fakt ist es, dass aufgrund der damals gelähten Dachkonstruktion mit innenliegenden, wasserführenden Kehlen, es immer wieder zu Problemen kommt, je nach Schnee und Widerstandsaufbau. Und das Problem steht darin, dass da in den Kehlen zu wenig Gefälle ist und damit das Wasser nicht vollständig abgießt, sondern sich wieder aufstaut und dann unter so Dachelementen, unter den Dachelementen eindrängt und seitlich in den Eingangsflächen das Gebäude läuft mit Brettschichtholzbindern herunter. Und um ein durchlässendes Sportboden zu verhindern, werden je nach Bedarf Eimer an den entsprechenden Stellen aufgestellt. Die Halle steht unter Beobachtung des Eigenschaftsgebnisses. Veränderungen bei der Brettschichtholzbindern konnten seit der Gefährdungsanalyse im Jahr 2006-2007 nach dem Unwürttembergleichenhalde durchgeführt wurde, nicht festgestellt werden. Durch die temporäre Vernässung der Leinbinder in einem relativ kleinen Bereich wird sich kein Lein auch lösen, zumal die Binder keiner permanenten Befeuchtung ausgesetzt sind und in der Halle relativ konstante Temperativen herrschen. Nun zu den Schühlerduschen. Also dort konnte von unserer Seite eine verschimmelte Schühlerdusche nicht festgestellt werden. Wichtig ist, dass es dort Lüftungsprobleme in den unkleidenden Bereichen gibt. Die Ursache dafür sind Tellerventile, die von den Nutzern zugedreht werden, um zu verhindern, dass es in den Duschen zieht. Und das bewirkt, dass die Lüftungsanlage nicht richtig funktioniert. Und ja, jedes Tellerventil muss anschließend wieder von einem Fachmonteur geöffnet werden. Und das führt, wie gesagt, zu diesem Lüftungsproblem. Das ist auch schon eine Weile bekannt. Es wurde mit einem Lüftungsbauer Kontakt aufgenommen, der einen Lösungsweg erarbeitet. Und ja, im Frühjahr 2014, also zur Zeit, wird das umgesetzt. Und es wird ca. 15.000 Euro kosten, vielleicht mal diese problematischen Bedingungen zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass der Lüftungsprobleme abläuft. Was gedenkt denn der KA in dieser unendlichen Schadensgeschichte zu unternehmen? Denn es kann ja so nicht bleiben, auch wenn der KA in seiner Zeit auch ein Spektrum von Inkläten ausgeworfen ist. Also, wie gesagt, wir beobachten das sehr genau. Und wenn die Halle dann zur Salierung ansteht, wird man sicherlich schauen müssen, was man tun kann, um das zu beheben. Ansonsten wird man sich jetzt noch eine Weile mit den Eimern wählen müssen. Das ist eigentlich traurig. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das liegt der Frage, dann kommen wir zur zweiten Frage. Herr Arnold zum Kreis-Sankenhaus. Herr Landmann, da können wir uns nicht beantworten. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle vor die Frage an den Kreis-Ausschuss, die Sie zu mir beantworten. Hat der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses vor dem Wiedereintritt des Hauses im öffentlichen Tarif mit der Aufbildung der Servicegesellschaft dem Landrat, dem Kreis-Ausschuss oder dem Aufsichtsrat darauf hingewiesen, dass die dadurch verursachten höheren Personalkosten derzeit vom Kreiskrankenhaus nicht erwirtschaftet werden können? Die Frage beantworte ich, wie es heute sehr geehrter Herr Arnold. Der Geschäftsführer hat bereits im Zuge der Verhandlungen mit Verdi und dem Arbeitgeberverband im Jahr 2012 und auch noch unmittelbar vor der entsprechenden Beschlussfassung über die einzelnen Tarifverträge vor einem zu frühen Wiedereintritt in den Kommunalen Arbeitgeberverband gewarnt. Er hat darauf hingewiesen, dass der Abschluss der Tarifverträge voraussichtlich nicht zu schlechteren Jahresabschlüssen führen werde. Der Aufsichtsrat hat sich aber nach sorgfältiger Abwägung auch unter sozialen Gesichtspunkten zur Rücke in den Tarifvertrag entschlossen. Ich komme hinzu, es war damals ein einverneblicher Beschluss. Die Umsetzung der beschlossenen Tarife erfolgte im Laufe des Jahres 2013, allerdings rückwirkend zum 01.01.2012. Nach Vorlage der Zahlen Januar bis Juli 2013, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, im Juli nämlich 2013, hat sich erstmals für den Aufsichtsrat erkennbar ein Defizit in der Größenordnung von knapp 700.000 Euro angesammelt. Hier hat der Aufsichtsrat dann zunächst beschlossen, nach internen Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb des Kreiskrankenhauses zu suchen. Es bestand nämlich zu diesem Zeitpunkt die berechtigte Annahme, dass durch entsprechende Leistungssteigerungen das Defizit noch erträglich oder gar ausgeglichen gestaltet werden könnte. Der Geschäftsführer hat darüber hinaus Maßnahmen vorgestellt, die eine perspektivische Verbesserung der Erlössituation unterstützen sollten. Aufgrund der rückwirkenden Wirkung der tariflichen Umstellung zum 01.01.2012 konnte die Vorlage und Beratung des Jahresabschlusses 2012 allerdings erst im November 2013 erfolgen. Der Jahresabschluss 2012 zeigte, trotz bereits erheblicher wirkender Tarifbestandteile, noch ein positives Ergebnis in der Größenordnung von 80.000 Euro überschossen. Dann habe ich noch eine Zusatzfrage, Herr Lundkart. Wann hat der Geschäftsführer erstmals ein Konsolidierungskonzept entworfen? Dann schiebe ich die zweite gleich hinterher. Wann wurde eine Konsolidierungskonzept erstmals in der Regel zur Beschlussfassung vorgelegt? Der Aussichtsrat hat den Geschäftsführer im November beauftragt, ein Konsolidierungskonzept zu erstellen, um den Aussichtsrat zur Beratung vorzugehen. Dieses hat der Geschäftsführer unverzöglich, nämlich in der nächsten Sitzung am 13. Dezember 2013, den Aussichtsrat vorgelegt. Die zweite Zusatzfrage, der Aussichtsrat hat sich in den darauffolgenden fünf Sitzungen seit Weihnachten immer mit dem Konsolidierungskonzept beschäftigt und dies ist auch um Anregungen des Betriebsrates ergänzt. Im Übrigen auch damals schon fortlaufend in diesem Jahr und der Einwilligung auf VITOS. Darüber hinaus hat eine gemeinsame Sitzung im Mittelpreisausschuss stattgefunden. Ich danke Ihnen. Es gibt eine Frage noch von Frau Warnsburg. Herr Landrat, in diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, im März sollte ja ein Wirtschaftsplan vorgelegt werden im Aussichtsrat. Soweit ich weiß, hat die Sitzung nicht stattgefunden. Wann wird denn in München ein Wirtschaftsplan vorliegen und wann soll er beschlossen werden? Wir haben ja, Frau Warnsburg, den Wirtschaftsplan schon mehrfach auf der Agenda gehabt. Für März war keine Sitzung vorgesehen, die abgesagt worden wäre. Die nächste Aufsichtsratssitzung findet im Donnerstag, die müsse der 18. sein. Das haben wir heute früh im VITOS so vereinbart. Aber da geht es um Beschlussfassung in allen wesentlichen Dingen. Ich möchte darüber heute nicht mehr sagen, aber vielleicht so viel, dass wir, ich finde, da auch eine Frage ist. Und im VITOS ist geredet, dass erkennbare Risiken, die sich nicht aus dem aktuellen Datum 2013-2014 entnehmen, sondern dass auch noch Fragestellungen, Pensionsrundstellungen auch zurückliegen in den Jahrzehnten regelmäßig belastet. Und wir sind daran, diese Altfälle aufzuarbeiten, um vor den Kreistag treten zu können mit einer genauen Zahl oder höchstwahrscheinlich sehr genauen Zahl der Verbindlichkeiten, die den Markenhausen noch viel überstehen und belastet wird. Ich würde das gerne eine Nullmarke benennen wollen, um nicht regelmäßig immer wieder vor den Kreistag treten zu müssen, wenn es darum geht, gegebenenfalls eine Löhne des Stammkabitals einzufordern. Sondern wir möchten jetzt gemeinsam mit dem neuen Partner eine Basismarke besetzen und es wird dann im Kreistag sicherlich zur Beschlussfassung vorgegeben. Ich danke Ihnen für die Frage. Es ist nicht der Fall, kommen wir zur nächsten Frage von Frau Südbohrhaus, um die Sitzung der Nationalparkverwaltung, Herr Asper, Herr Asper. Sehr geehrte Frau Kreisleiterin, vom Besitzende, Herr Asper, Herr Asper, Herr Asper. handelt es sich aus unserer Sicht noch um eine Planung bei dieser Neustrukturierung. Dabei ist vorgesehen, den Nationalpark General Widersee aus der Forstverwaltung des Landes Hessen herauszulösen und direkt Anlass im Ministerium anzulösen. Damit wird das Ziel verfolgt, den Naturschutz in Hessen zu stärken. Da noch nicht abzusehen ist, bis wann diese geplante Neustrukturierung abgeschlossen ist, kann aus unserer Sicht an dieser Stelle nur spekuliert werden zu den Ausdrückungen. Nach unseren Erkenntnissen sind die Mitarbeiter des Nationalparks in die Prozesse mit eingeladen. So gehen wir davon aus, dass der im Kampf müssen unmittelbar mit einfließen wird. Und nun wird auf die werbewirksame Beziehung des Nationalparks General Widersee und für den Tourismus erwarten wir positive Auswirkungen, da sich die Stellung des Nationalparks durch die Neustrukturierung stärken wird. Meine Zusatzfrage wäre noch, in der Vergangenheit hat das Nationalparkenamt mit den Anbietergemeinden zusammen diesen Wegplan aufgestellt und durchgesprochen wird. Wird das in Zukunft auch so weitermachen können oder geht das alles davon aus? Ich denke, dass natürlich solche wichtigen, transparenten Entscheidungsprozesse immer mit der Region gemeinsam weiter durchgeführt werden. Das war ja ein großes Beispiel, wie das durchgeführt worden ist. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch so fortgesetzt wird. Ja, ich konnte die Bildung haben. Bitte, Herr Schwarz. Sehr geehrter Frau Vorsitzende, es ist im Kreisausschuss bekannt, dass das Nationalparkamt und damit auch der Nationalpark bei dem Forsten bleiben soll und nicht im Bereich der Umwelt gegenübergezogen wird innerhalb des Ministeriums. Mir war zuletzt bekannt, dass da noch Diskussionen stattfinden, dass es da schon ein Ergebnis gäbe, bin ich noch nicht drüber informiert worden. Gibt es weitere Fragen? Nein. Nicht der Fall, dann kommen wir zum nächsten. Frage 4 von Heinrich Heidel, Wasserstand Edersee. Auf Antworten der 1. Ja, Herr Geister, ich frage den Kraus, Heinrich Heidel, Hausschutz, welche Maßnahmen hat er aufgrund verlobt oder gedenkt er zu unternehmen, um für die Lichter im Feiern zum 100-Jahre-Jedersee und der damit verbundenen vielfältigen Einzelveranstaltungen, die hier für Antien zu gewährleisten, dass auch ein kleinlicher und werbegörtsamer Wasserstand, sprich Vollstau, vorhanden ist. Wir lassen Sie reden. Ich habe eine Frage. Ich beantworte, ich gebe folgend. Das Thema ist ein wichtiges in unserer Region und auch der unmittelmäßige Raum diskutiert. Es ist aber dabei ganz deutlich geworden, dass touristische Zielsetzungen und auch, sage ich mal so, das Intersiedelgebnis jetzt bei der Kalsperrenbewirtschaftung so direkt festgeschrieben, eher eine untergeordnete Rolle spielen. Das bedeutet, wir haben also keine direkte Handhabe, einen hohen Pegelstand zu erzwingen. Wir können da lediglich auch Gespräche mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung setzen und gehen davon aus, dass diese Belange, die wir da vorbringen, auch berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund habe ich also auch im vergangenen Jahr, zuletzt 15. Oktober, da Gespräche geführt mit der Leiterin der Wasser- und Schifffahrtsamtes, in der Frau Gubitsch. Und die Bedeutung des Themas ist dort bekannt. Und das Schifffahrtsamt wird entsprechend sensibel im Jubiläumsjahr mit diesem Thema umgehen, im Rahmen der Möglichkeiten. Denn auch die haben natürlich ein Interesse daran, dass das funktioniert. Gleichwohl müssen die Belange der Schifffahrt und der Leser berücksichtigt werden. Derzeit ist der Pegelstand des Ledersees in Ordnung, trotz des milden Winters. Und wir haben keine Schneeschmerze, wenig Regen in den letzten Wochen. Sondern das ist natürlich immer so ein gewisses Risiko. Das Wetter können wir leider nicht bestimmen. Insofern ist es auch möglich, dass das schwierig wird. Wir tun alles dafür, damit der See voll ist im Jubiläumsjahr. Ich gehe davon aus, dass man bei der Wasserschifffahrtsfreude unsere Belange hat diesen Namen besonders zuversichtlich. Und es gibt halt keinen juristischen Anspruch darauf. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Herr Beigort, dass ich überlegen, hier Fahrtkursen, das weiß ich nicht. Er hat das im Moment wieder schon wegen eines Transports auf der Leser Meerwasser abgelassen. Er wird sicherlich hier dann auch beitragen bei den Anstrengungen und dann ein Vollenersektrag. Ich bitte noch einmal intensiv darauf hinzuwirken. Ich bitte nur einmal darauf hinzuweisen, dieses Jubiläum als Anlass zu nehmen, dass in diesem Jahr statt auch die anderen Nutzer des Weder-See-Wassers einmal auf Wasser verzichten müssen. Die Frage, Frau Ruhwedel, ist, ob der Kreisausschuss geblieben ist, da noch einmal nachzugehen, um 100 Jahre als Anlass zu nehmen, dass gerade in diesem Jahr der Wasserstand erhöht gehalten werden soll. Das weitere Fragen ist die Fragenstehung eigentlich. Also jetzt wollen wir keine weiteren Fragen stehen zur Frage 5 von den Herrn Schütz, Aufstellung einer Agenda in der Lenkungsgruppe Erneuerbare Energien, verantwortung der Landtag. Sehr geehrte Frau Kanzlagsvorsitzende, meine Damen und Herren, ich frage den Kreisausschuss, welche Personen und Verbände an der Aufstellung einer Agenda in der Lenkungsgruppe Erneuerbaren Energien beträgt sie mit her? Ja, verantwortung ich gern. Im Übrigen hat der Kreisausschuss, glaube ich, in der Januar-Sitzung, den Beschluss gefasst, eine solche Lenkungsgruppe als Hilfsorgan für den Kreisausschuss einzusetzen. Und jetzt die Beantwortung, wie sie sich zusammensetzt. In der Steuerungsgruppe Erneuerbare Energien werden die Geschäftsführer und oder an diesen benannten Vertreter der Wirtschaftsförderung Wallet Frankenberg geben. Wir haben das Maschinenbringst Wallet Frankenberg, der Energie Wallet Frankenberg, der Energiegesellschaft Frankenberg und des Eigenbetriebs Gebäudemanagement mitwirkt. Und den Vorsitz dafür habe ich übernommen, die Geschäftsführung wiederum neben einem Fachdienst auf dem Ebenen beträgt. Die Steuerungsgruppe soll, wie ich gesprochen, als Motor dienen, der den Gestaltungsprozess der Energiekette auf Landkreisebene mit im Gang setzt und begleitet. Die Aufgabe der Gruppe ist es, eine solide Arbeitsgrundlage zu schaffen, Ziele der Energiekette zu formulieren, eine Strategie zu entwickeln und die entsprechenden Umsetzungsschritte zu erarbeiten. Eine wichtige Rolle der Steuerungsgruppe wird unter anderem das Thema Mitwirken und Partizipation sein, da die Gestaltung der Energiewelte ein Prozess ist, der von möglichst vielen Menschen diskutiert und auch mitgetragen werden muss. Im Landkreis Wallet Frankenberg agiert eine Vielzahl an Personen und Institutionen mit unterschiedlichen Hintergründen in diesem Bereich. Und damit existiert bereits ein enormes Reservat an Fachwissen, Aktivitäten und Ideen. Diese vorhandenen Ressourcen müssen aber miteinander vernetzt werden, um Synergieeffekte zu nutzen und den Raum für Innovationen und, wenn man so will, auch für ganz besondere Projekte zu öffnen. Die Steuerungsgruppe soll dahingehend passgenaue Handlungsfelder für den Landkreis definieren und eine Auftaktveranstaltung vorbereiten, die Handel auf der Agenda, auf der die Handlungsfelder in Form von Arbeitsgruppen abresetiert werden, aber auch mit Leben angeweichert werden. Anzumerken ist, dass es sich bei der Einrichtung der Steuerungsgruppe, wie auch bei weiteren Schritten im Bereich der erneuerbaren Energien um ein komplett offenes Verfahren handelt, bei dem es natürlich zu Änderungen kommen kann, das aber auch darauf abzielt, Menschen mit einzubinden und sie zur Mitwirkung einzubinden. Ich danke Ihnen, Herr Landmann. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Ich kriege nur die Frage, wird dabei auch berücksichtigt, dass der Strompreis für die Menschen auch bezahlbar sein muss? Weil das hat ja Auswirkungen, die wir in dieser Steuererfahrung haben. Kommen wir vielleicht nachher bei der Beantwortung einer anderen Frage. Gibt es weitere Fragen? Nicht der Falle, dann haben wir zur nächsten Frage vor dem Herrn Koch zum Kreis Rennland. Herr Landmann. Frau Kreistagsvorsitzende, ich frage den Kreisausschuss. Nachdem vor Jahren mit großen Aufnahmen und Diskussionen ein Kreisaltenplan aufgestellt worden ist, wann wird dieser fortgeschrieben und welchen Zeitplan gibt es? Ja, da antworte ich gerne. Zunächst mal der redaktionelle Hinweis oder organisatorische Hinweis darauf, dass diese Frage 6, die wir hier zu behandeln haben, natürlich korrespondiert mit der Frage 9 Sozialplanung, die von der Fraktion Freude Werder eingereicht wurde. Der Kreisausschuss wurde beauftragt, die Erstellung einer Sozialplanung vorzunehmen. Die nehmen wir Personenkreis der über 65-Jährigen, die Personengruppen mit Bedarf nach dem Kapitel 4, 6, 7 des SGB XII umfasst, um die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalten der folgenden Jahre einzustellen. Die Sozialplanung sollte Grundlage für Entscheidungen sein, mit denen Sozialangebote und Leistungen verbessert werden können. Im Zuge der Haushaltssicherungskonzepte wurde dann beschlossen, die zunächst für externe Einbringung eingestellten Mittel in Höhe von 70.000 Euro für das Jahr 2010 auf 10.000 Euro für die folgenden Jahre zu reduzieren, da die Sozialplanung im Fachdienst 4.1, soziale Angelegenheiten, überwiegend in eigener Regie, so der Wortlaut damals vorgenommen werden könnte. Im März 2013 wurde dann die organisatorische Zuständigkeit, das muss ich hier erwähnen, für die Sozialplanung an den Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung übertragen. Eine auf Ebene der Fachdienstleitung in Dorf- und Regionalentwicklung, für den Bild und Sport und soziale Angelegenheiten, Jugend und Gesundheit, angerichtete AG 80 bis zum heutigen Punkt 5 Mal bis zum Oktober 2013 und besprach die damit zusammenhängenden Fragen. Ich werde gleich bei der Beantwortung der Frage 9 darauf hinweisen, dass ich davon ausgehe, dass wir am Ende des Jahres den Kreistag, beziehungsweise vorab den Kreisausschuss mit der gesamten Sozialplanung in die Diskussion betrachten. Ich danke Ihnen, Herr Landtag. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Wenn es nicht der Fall, dann kommen wir zur nächsten Frage. Herr Hoffmann, das ist mit dem Thema Kreisstraße. Dann wird mir ein erster Kreislaufaufsitzender. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, der Stadt oder der Gemeinde zahlt die Bauposten und der Baunastträger erstattet dann seinen Anteil an die Gemeinde. Jetzt bekommen die Kommune Bescheid, dass die für die Erstattung für im Jahr 2013 vorfinanzierende Bauposten größtens im Jahr 2015 gerechnet werden kann. Welche Gründe gibt es jetzt für diese Vorgehensweise und wie wollen Sie das gerechtfertigen, wenn Sie auf der anderen Seite von Städten und Beweisen und Verwägungsprogrammen verlangen, als die Ihnen jeglichen Gestaltungsprogrammen? Sehr geehrter Herr Hofmann, eingangs möchte ich mal darauf hinweisen, dass es hier um eine ganz übliche und gängige Verwaltungspraxis handelt, die seit vielen Jahren so hier im Landkreis praktiziert wird. Es gibt dabei riesen Maßnahmen Verwaltungsvereinbarungen, nach denen wir das abwickeln. Und bisher liebt mir auch seitens von Bürgerleistern, möglicherweise auch ein bisschen Gurgwald, da ist keinerlei Kritik vor oder ist nichts vorgekragen worden. Wenn es da, sag ich mal, den Anlass einer Ansprache gäbe oder so, kann man da immer drüber reden. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um die übliche Praxis, seit vielen Jahren wird das so gemacht. Das wollte ich kurz voranschicken, bevor ich jetzt die Fragen im Detail beantworte. Also es ist so, dass normalerweise bei dem frostsicheren In- und Ausbau von Kreisstraßen die Kostenbeiträge für die Entbesserungsanlagen bei der Einstellung der Bauposten im Haushalt bereits berücksichtigt werden. Und dann können die Kanalkostenzuschüsse auf Anforderungen zeitnah überwiesen werden. In diesem Sachverhalt, der kommt vor bei Deckenerneuerung, wenn im Zuge einer Ortsdurchfahrt die Kommune vor der eigentlichen Deckenerneuerung die Kanalleitung erneuern will. Und dann lassen sich die Baukosten nämlich nur schätzen. Eine konkrete Mittelanwendung liegt dann dem Kreisstraßenbaulastträger in der Regel nicht vor. Und deswegen haben wir da einen Posten im Haushalt mit einem Ansatz, wo man dann, sag ich mal, daraus so etwas bezahlen kann. Der war zuletzt schon mal erhöht worden, 50.000, betrug 150.000 Euro, war aber jetzt leider noch nicht auskömmlich, sag ich mal, in diesem Jahr. Und so werden wir denen im nächsten Jahr dann vorschlagen, den nochmal zu erhöhen. Also, erstmal habe ich darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um einen nicht hinnehmbaren Zustand handelt, sondern um eine gängige Praxis, wie das in den letzten Jahren immer gemacht worden ist. Und damit habe ich auch deutlich gemacht, dass wir vorschlagen werden, den Ansatz in diesem Bereich fürs nächste Jahr nochmal zu erhöhen. Ich denke, da muss die Frage beantworten. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur nächsten Frage. Herr Stolper, das wurde erkannt, das ist der Thema auch vor. Zwei Themen, die wir in der Ecke machen. Vielen Dank. Herr Stolper, das ist bereits ein Zeitplan für die Umsetzung der Ergebnisse der Plage. Der Schumacher hat ja auch lernen müssen, dass manche Prozesse etwas länger dauern, als man es sich gewünscht hat. Ich wusste nicht, dass Personalentwicklung ein insgesamt zu komplexer Programm ist, bei dem viele Stellschrauben aufeinander einwirkt. Aber Personalentwicklung kann dann oder nur dann Erfolg haben, wenn ein möglichst breiter Konzept mit allen Deteiligten hergestellt wird. Vor diesem Hintergrund ist der zweite Entwurf eines erarbeiteten und ziemlich neuen Konzeptes zur Personalentwicklung fertiggestellt und den Fachdienstleitungen im Rahmen eines gemeinsamen Wörterführenden Workshops vorgestellt und diskutiert worden. Daraus sind wieder viele Änderungen und Anregungen entstanden, die jetzt gerade aktuell in dem dritten Entwurf eingearbeitet werden und damit auch fast vollgerichtige Gewährung, dass eine erhebliche Umarbeit notwendig wird. Deshalb kann ich Ihnen heute, wann es Komplex vorliegt, einen wirklichen Termin nicht seriös nennen. Sie fragen nach dem Zeitplan, dass ich Ihnen dann quasi in der Zusatzfrage das, auf was ich antworten möchte. Die im Entwicklungsplan genannten Schwerpunkte A, Mitarbeiterjahresgespräche und zentrales Weiterbildungsmanagement sind bereits angelaufen. Die Stellenbewertungen sollen bis zum Sommer 2015 werden. Genau das ist so ein bisschen die Problematung. Die Stellenbewertungen sind nicht so einfach, wie man das gemeinhin annimmt. Des Weiteren sieht der Plan eine Stellenbemessung. Stellenbemessung, also wie viele Personen brauchen wir für welche Tätigkeitsmerkmale, in welchen Fachdienstleitungen steht noch bevor. Die Vorlage des überarbeiteten Drittigen im Kurs des Personalentwicklungskonzeptes mit eingearbeiteten Feindziele und Personalbedarfsmahnungen für die einzelnen Fachdienste ist in diesem Herbst 2014 vorgezeichnet. Ich bedanke mich für die Beantwortung dieser Frage und hätte es in dem zweiten Themengebiet eingeführt. Eine Frage, weil sich die Zusatzfragen nach Sozialplaner, Forschung und nach Vorlage eben in Bezug auf den Herrn Heide sich schon erledigt hatten. Warum wurde der Kreistag bisher noch nicht über die Ergebnisse der seit Jahren noch im Sozialstand und die Formulierung? Herr Schumacher, ich habe das nicht für nötig gehalten, jetzt mitzuteilen, wie weit wir mit der Datensammlung und Aufarbeitung sind. Inzwischen ist das abgeschlossen. Aus den Fachdiensten heraus sind keine weiteren Unterlagen mehr zu erwarten. Das ist insofern ausdiskutiert. Wir müssen jetzt an den redaktionellen Part, genau an inhaltliche, sagen wir mal, diesen vernetzenden, verknüpfenen Gedanken zusammenfassen, was dann auch irgendwie erfolgen muss. Das ist der Grund. Ich hoffe, dass ich Ihnen im Laufe des Jahres, wahrscheinlich dann im Spätherz oder so, aber das entsprechende Papier zur Beratung, beginnend im Kreisausschuss, vorlegen kann. Ja, danke. Dann gibt es weitere Fragen zu dem Thema. Das ist nicht der Fall, dann beweise ich darauf hin, dass die 30 Minuten für die Beratungsstunden abgelaufen sind. Wundern